Ein heißes Thema für die Elementarpädagoginnen in Österreich ist immer die Aufsichtspflicht. Vermutlich deshalb, weil es keine einheitliche gesetzliche Definition dafür gibt, nur unzählige Judikatur. In der Judikatur haben die Richter bisher immer auf vier Merkmale aufgestellt und die möchte ich Ihnen heute gerne erläutern. Das erste Merkmal bei der Frage, ob die Aufsichtspflicht verletzt ist, ist, dass man schaut, ob die Aufsichtspflicht dem Alter der Kinder angepasst ist. Im Kindergarten ist das Alter der Kinder ja leicht zu definieren. Wenn wir keine Sonderformen haben, sind die Kinder in der Regel drei bis sechs Jahre alt. Das zweite Merkmal, auf das abgestellt wird, ist die Entwicklung der Kinder. Denn nicht jeder Vierjährige ist gleichweit entwickelt, sei es motorisch, sei es sprachlich. Trotz des gleichen Alters gibt es Unterschiede. In der Regel ist es aber so, dass die Kindergartenpädagoginnen die Kinder ja in der Gruppe haben und genau wissen, wie weit ein Kind entwickelt ist, weil sie ja gute Beobachterinnen sind. Der dritte Punkt, der immer wieder hinterfragt wird bei der Beurteilung, ob die Aufsichtspflicht eingehalten wurde, ist die Umgebung. Bei der Umgebung muss man sich fragen, ist das eine vertraute Umgebung, wo sich das Kind befindet und die Aufsichtspflicht dementsprechend anpassen. Weil es ist natürlich ein Unterschied, ob das Kind im Bewegungsraum ist, wo es jeden Mittwoch den fixen Bewegungstag hat und vielleicht der Bewegungsraum gleichzeitig der Schlafsaal ist und die Kinder den Raum in- und auswendig kennen, mit dem Raum gewisse Regeln verbinden. Oder ob ich mit den Kindern zum ersten Mal einen Ausflug mache und der Großteil der Gruppe das erste Mal in einen Bus einsteigt, das erste Mal im Zug fährt oder das erste Mal in der Straßenbahn fährt. Das vierte Merkmal bei der Beurteilung der Aufsichtspflicht ist das bisherige Verhalten der Kinder. Und da hat es die Pädagogin leicht, denn sie kennt die Kinder in ihrer Gruppe in der Regel ganz gut und kann Verhalten einschätzen. Wir wissen ja, manche Kinder sind in gewissen Kombinationen lebhafter und in anderen Kombinationen nicht so lebhaft. Das Gleiche ist, wenn die Kindergartenpädagogin mit einer Kindergartengruppe spazieren geht und weiß, sie kommt an einer Schafherde vorbei, dass es ja sein kann, dass ein Kind besondere Angst vor Schafen hat und in dem Fall hat sie natürlich die Vorsorge zu treffen, dass auch in dieser besonderen Situation die Aufsichtspflicht auf das Verhalten vom Kind abgestimmt ist. Das heißt, sie hätte zum Beispiel in der Situation die Möglichkeit, dass sie sagt, ich weiß, dieses Kind hat Angst, wenn wir an diesem Weg vorbeigehen, deshalb nehme ich heute extra die Mama von dem Kind als Aufsichtsperson mit, damit sie genau bei diesem Wegstück die Aufsicht über das Kind übernimmt. Herrmann macht Express. Herr Wowzerin wird lösst die